Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde Kali Linux mal wieder. Hacking Grundlagen sozusagen, nämlich die Installation von Kali Linux. Wir machen hier nur die Installation, die eigentlichen Tools und so weiter, die werden wir hier nicht machen. Dazu wird es allerdings bald auf meiner Webseite einen Kurs geben. Und ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung, wenn es denn so weit ist. Es gibt aber natürlich auch ein Ankündigungsvideo, aber je nachdem wann ihr das Video guckt, war das vielleicht schon. Okay, also was wollen wir machen? Wir wollen Kali installieren. Denn heute wollen wir uns konkret angucken, wie wir das Ding auf einem USB installieren, sodass wir danach nichts weiter brauchen als diesen USB, von dem wir Kali Linux starten. Das heißt, wir starten sozusagen ein normales Live-System. Wir installieren das Betriebssystem nur auf dem USB-Stick. Das ist das Ganze, was wir heute machen wollen. So, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, wie ihr sehen könnt. Also wir gehen erstmal auf kali.org slash getkali und das hier hinten dran brauchen wir eigentlich nicht. Das ist quasi diese Seite. Alternativ könnt ihr ja auch einfach auf kali.org gehen und dann hier auf getkali draufklicken. Dann landet ihr genau hier. Und hier haben wir sehr viele Möglichkeiten. Ganz kurz erklärt, Bare Metal ist die ganz normale Installation. Das ist das, was man häufiger tut. Dazu habe ich auch schon mehrere Tutorials gemacht. Virtuelle Maschine ist das, was ich euch meistens empfehlen würde. Dazu haben wir auch schon mehrere Tutorials gemacht. Und das ist immer noch absolut aktuell. Dazu bitte einfach in die Playlist reingucken. Was wir noch nicht gemacht haben, sind ARM, Mobile, Cloud, WSL und Containers. Und das kommt noch in naher Zukunft, wenn ihr zumindest Interesse daran habt. Aber heute geht es um den Live-Boot hier. Das heißt, ein USB-Stick, der als Kali Linux fungiert. Und ansonsten braucht ihr nichts. Also außer einem PC zum Starten. Aber ihr installiert das System nicht direkt. Ihr installiert das System nur auf dem USB-Stick. Und offensichtlich braucht ihr dazu einen USB-Stick. Dürfte klar sein. So, was wir machen ist, wir klicken hier als allererstes mal auf Live-Boot drauf. Und dann landen wir hier unten und wählen hier die Variante aus, bei der wir starten wollen. Jetzt ist hier relativ interessant. 64-Bit, 32-Bit und Apple M1. Diese drei Varianten solltet ihr hier auswählen, was ihr haben wollt. Und zwar einmal haben wir hier die 64-Bit-Variante. Das ist das, was ihr für den normalen Rechner braucht. Also für ganz normale PCs. Wenn ihr allerdings das Ding auf dem USB-Stick habt und ihr geht dann damit an einen sehr alten Rechner, dann wird das dort nicht laufen. Dazu braucht ihr 32-Bit, also für sehr alte PCs. Im Normalfall sollte aber heutzutage jeder Rechner 64-Bit haben. Das heißt, das ist die Variante, die ihr braucht. Wenn ihr irgendwann mal den USB-Stick an einem Apple-Rechner mit einem M1-Prozessor dran starten wollt, dann braucht ihr eine andere Variante. Und zwar die hier. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Aber ich glaube, für die allermeisten ist 64-Bit hier das Beste. Deswegen klickt ihr hier einfach auf Download und schon lädt das Ding. Dann bekommt ihr diese ISO-Datei hier, die ich jetzt hier gerade mal kurz aufmache, sieht so aus. Das muss eine .ISO-Datei sein. Falls ihr Schwierigkeiten habt mit diesem Download-Link hier, macht einen Rechtsklick drauf und macht einen Link speichern unter. Dann sollte das eigentlich genauso funktionieren. So, als nächstes braucht ihr irgendein Tool, damit ihr das Ding auf euren USB-Stick installieren könnt. Und das wird bei uns Rufus sein. Rufus ist eine Software, die genau das macht. Sie erstellt euch bootfähige USB-Laufwerke auf einfache Art und Weise. Und genau deswegen benutzen wir das Ding. Okay, also hier unten, es ist schon ein bisschen älter, okay. Hier einfach die Version 3.14 ist aktuell gerade. Ja, die einfach runterladen und dann ausführen. Und dann sollte sich das Ding hier so aufmachen. So, so sieht also Rufus aus. Und wenn wir jetzt hier oben auswählen, dann sollten wir hier auf jeden Fall den richtigen USB-Stick auswählen. In meinem Fall ist das K. Das ist ein neuer USB-Stick quasi. Und dieser Stick, auf dem möchte ich Kali installieren. Wenn ich hier irgendwas anderes habe, zum Beispiel die 128 GB, dann ist das für mich ein Riesenproblem. Weil dann würde ich eine Aufnahme überschreiben, die ich gerade auf dem Vlog-Kanal mache. Und das ist natürlich hochproblematisch. Das heißt, achtet hierauf, dass ihr wirklich das richtige System ausgewählt habt. Oder den richtigen Laufwerksbuchstaben. In meinem Fall K. Da kann ich reingucken im Explorer. Und sehe K USB-Laufwerk. K ist komplett leer. Dann ist okay. Aber ihr werdet dabei alles löschen, was irgendwie passiert. Okay, das heißt, vorsichtig damit. So, das nächste ist, wir wollen natürlich die ISO auswählen. Dazu gehen wir hier auf Auswahl. Und wählen hier unser Manjaro Cinnamon 21.07. Also das ist quasi Juli 2021. Das ist noch die alte Version. Ähm, warum auch immer. Wir haben aktuell August für die Leute, die sich wundern. Aber das ist völlig egal, wie das genau heißt. Einfach die ISO, die ihr runtergeladen habt von Kali. Die öffnen wir hier. Und dann habt ihr hier mehrere Sachen zur Auswahl. In dem Fall können wir hier die Größe einer persistenten Partition angeben. Das heißt, wir können hier angeben, wie groß das Ding sein soll. Und genau das wollen wir hier haben. Wir machen das sozusagen direkt auf Maximum. Wir können hier sagen, keine Persistenz, das geht. Aber wir wollen Persistenz haben. Wir wollen sozusagen auf den USB-Stick Sachen speichern können. Und das können wir hier eben angeben. In dem Fall habe ich dann 25 GB. Weil die halt noch übrig sind nach dem Installieren. Also wir brauchen quasi 7 GB für die Installation. Und danach ist halt noch ein bisschen was frei. Und das wären diese 25. So, das nächste ist, das hier können wir so lassen. MBR passt. BIOS oder UEFI, das können wir gar nicht anders machen. Das ist okay. Und hier bei den Laufwerksoptionen können wir das auch drauf lassen. Laufwerksbezeichnung ist der Name, den euer USB-Stick später bekommt. Kali Live ist völlig okay. FHT32 würde ich hier auch drin lassen. Sollte einfach Standard sein. Das können wir so lassen. Zuordnungsdings würde ich auch, also Zuordnungseinheit auch auf Standard lassen. Und Schnellformatierung und so weiter passt auch. So, und damit können wir hier eigentlich auf Start klicken. Und ja, jetzt sehen wir hier, okay. Wir müssen dazu noch einem Download aus dem Internet zustimmen. Das ist okay. Das können wir machen. Und dann macht das Ding das eigentlich vollautomatisch für uns. So, und jetzt wird das eben auf euren USB-Stick draufgeschrieben. Das wird eine Weile dauern. Den Teil schneide ich allerdings raus. Allerdings ist das auch noch wichtig. Natürlich werdet ihr gewarnt, dass hier eventuell Dateien gelöscht werden, falls was drauf ist. Bei mir ist nichts drauf. Das ist Absicht. So, da das wirklich lange dauert. Ich habe nebenbei tatsächlich noch ein anderes Video aufgenommen. Ähm, ja. Sollte das so fertig aussehen, wenn es hier wirklich durch ist. Es sollte hier fertig stehen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir müssen jetzt den USB-Stick, der übrigens jetzt so aussieht von den Dateien. Ja, also da ist jetzt irgendwas drauf. Ähm, so sollte der USB-Stick aussehen. Und wir werden jetzt diesen USB-Stick nehmen und tatsächlich für uns an unseren Laptop oder Rechner oder was auch immer dranstecken, an dem wir das starten wollen und neu starten und eben in die BIOS-Optionen reingehen und dort eben den USB-Stick auswählen. Okay, wenn ihr den USB-Stick dann startet, dann sollte das eigentlich ungefähr so aussehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ein Live-System oder ein Live-System mit, ähm, Failsafe-Mode oder eben auch hier Forensic-Mode oder eben das, was ihr wollt, USB-Persistence oder USB-Encrypted-Persistence zu haben. Ihr wollt wahrscheinlich die Live-USB-Persistence, das heißt, da könnt ihr auch Daten dann drauf speichern. Das sollte ungefähr das sein. So, erwundert euch nicht über die seltsame Perspektive. Das ist tatsächlich etwas, was ich nicht hinbekommen habe, an meinem Rechner aufzunehmen, weil wir arbeiten ja hier jetzt gerade nicht mit einer virtuellen Maschine, sondern wirklich mit einem System. Das ist mein Laptop in dem Fall. Und ja, wir starten das mal. Und dann sehen wir hier, okay, da öffnet sich zumindest mal ein so ein Fenster. Und irgendwann kommt dann auch der schöne Kali-Drache. Der lädt allerdings ein bisschen länger, also wundert euch bitte nicht. Beim Laptop oder bei USB kann das schon ein bisschen dauern. So, und wenn ihr das erste Mal hier reinbootet, sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Das heißt, ihr seht hier euren Screen und habt ihr auch Temp und so weiter. Und hier oben haben wir alle Programme, die wir irgendwie finden können. Logischerweise alles auf Englisch, sollte klar sein. Und hier haben wir auch ein Terminal. Das heißt, wir können hier das Ganze mal öffnen. Und ich mache das mal ein bisschen größer. So, dann seht ihr das vielleicht auch besser. Und ja, als erstes wollen wir, Achtung, wenn ihr hier zum Beispiel einen Bindestrich eingebt, dann kommt ein Slash. Also wir wollen hier tatsächlich mal unser Keyboard-Layout ändern. Das können wir machen mit zxb-map-layout.de. Ja, ups, da sollte natürlich ein Leerzeichen dazwischen sein. Also zxb-map-layout.de. So, so sollte das gehen. Jetzt können wir mal kurz hier testen, wenn ihr einen Bindestrich macht und es kommt tatsächlich einen Bindestrich, ist alles gut. Hier mal kurz eure Tasten durchgehen. Charfes sollte auch da sein. Dann habt ihr zumindest mal deutsches Tastatur-Layout. Wunderbar. So, und da wir den USB persistent machen wollen, müssen wir jetzt hier tatsächlich auch noch die Verzeichnisse und so weiter miteinander verbinden. Das heißt, als erstes machen wir einmal sudo su, dann werden wir Administrator und dann seht ihr auch dieses root Kali-Zeichen. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr alles machen. Dann könnt ihr auch installieren und so weiter und so fort. Solltet ihr jemals nach einem Passwort gefragt werden, probiert es mit Kali. Also ganz normal Kali geschrieben, so wie die Website auch, so wie das System auch. Und jetzt können wir weitermachen mit makedir-p. Damit erstellt ihr quasi ein ganzes Verzeichnispfad. Oder ein ganzes Verzeichnispfad. Dann slash mount myUSB. Damit habt ihr ein neues Verzeichnis erstellt. Und das Verzeichnis heißt eben myUSB und befindet sich im Überordner mnt, also mount. Und hier rein wollen wir jetzt etwas mounten. Und dazu müssen wir vorher mal gucken, was wir für Verzeichnisse überhaupt haben, beziehungsweise für Partitionen überhaupt haben. Das machen wir mit fdisk-l. So, und hier sehen wir, okay, auf diesem Laptop befinden sich eben mehrere Festplatten. Also eine davon ist der USB und eine ist eben SDA. Also SDA ist eben der USB mit 4,3 GB bei SDA 1. Das ist die Systempartition. Da ist quasi Kali installiert. Und 25 GB, ihr erinnert euch, das haben wir so eingestellt, auf SDA 2. Das ist das, wo quasi unser freier Speicher ist. Die wollen wir benutzen. Das heißt, wir sagen jetzt hier mount dev SDA 2. Das ist die Partition, die wir gerade aufgedeckt haben. Das könnte bei euch anders heißen. Das heißt, nicht einfach copy-pasten bitte, sondern auch ein bisschen überlegen. Slash mount und dann eben den Ordner, den ihr erstellt habt. Also myUSB. Nicht wundern, das ist bei mir schon gemodet, weil ich gerade am zweiten Mal aufnehmen bin. Aber das ist nicht schlimm. Und ja, bei euch sollte das jetzt einfach funktioniert haben. Und nichts weiter sollte passiert sein. Und jetzt müssen wir hier, oder können wir hier was reinschreiben zum Beispiel. Das heißt, echo slash union mount in, also wir schreiben quasi slash union in die Datei mount myUSBpersistence.conf rein. Und das machen wir dann einfach so. Und jetzt starten wir das ganze System nochmal neu. Das heißt, umount von unserem dev SDA 2. So, und jetzt können wir das Ganze neu starten. Einmal einfach da oben oder quasi hier schon eingeben. Sudo, beziehungsweise Sudo sind wir schon. Reboot. Sudo bedeutet immer, ihr führt etwas mit Administratorrechten aus. Das werdet ihr wahrscheinlich auch öfters mal bei der Playlist brauchen, die ihr gucken wollt. Und ja, wenn wir das jetzt neu gestartet haben, dann sieht das so aus. So, und um das jetzt zu testen, nachdem wir neu gestartet haben, werde ich jetzt hier einfach mal eine Datei anlegen. Das heißt, irgendeine Datei, einfach eine leere Datei namens, gibt mir einen guten Namen. Der Name ist sehr, sehr gut, offensichtlich. Und werde die kurz editieren und was reinschreiben. Speicher natürlich nicht vergessen. Und dann starten wir nochmal kurz neu und wir gucken uns mal an, wie das dann aussieht. So, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Das Starten dauert ja immer so eine Weile. Hier einmal auf unser Home drauf. Wenn ich es denn finde, wo ist es denn? Da, da, die Datei ist noch da. Und wir haben auch tatsächlich ein Hallo reingeschrieben. Das heißt, es hat offensichtlich funktioniert und euer Kali Linux ist jetzt persistent. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Aber ich finde es trotzdem immer noch besser bei einer virtuellen Maschine, weil es einfach live braucht. Das ist halt wirklich lang. Also, es ist nicht schnell euer System, aber das Ding ist halt, ich habe auch kein USB 3.0 genommen, sondern USB 2. Und falls ihr dann schneller einen USB-Stick habt, dann kann das auch deutlich schneller gehen. Gut, viel Spaß in dem Sinne. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.